So, da sind wir auch schon wieder. Tüt? Südosten, sag ich mal. So ran hier wahrscheinlich durch dieses Loch, was man da im Berg sieht. Ist Südosten, ist das nicht hier drüben? Achso, du wolltest... Okay, du bist quasi am Gelände laufen. Ich dachte, wir müssen da irgendwo über... Wir können auch über den Berg drüber gehen. Vielleicht ist es günstig, über den Berg zu klettern. Ja, ist egal. Jetzt. Jetzt will er über den Berg. Hat sich eine Eule angelacht. Jetzt habe ich da nichts zu lösen. Es folgen uns ja nicht alle da. Dann müssen wir auch da hinterher. Oh, ein Wind ist gescheitert. Wie kann das denn sein? Auf jeden Fall ist hier schon wieder ein Herzgis. So. Ich bin jetzt auch durch diese Höhle gelaufen. Ja, das ist gut. Kommt der Rest hinterher, oder? Sie sind noch sehr unentschlossen. Nein, wir kommen... Wir haben nur das, was ihr aufgewühlt habt, wieder geglässt. Wir haben leider keine Frühlingszwiebeln und keine Brombeeren-Grammeln. Ui, was ist denn das denn für laute... ...bunde Löcher in der Wand? Ja, Schaufler, ne? Da müssen wir bestimmt auch noch drin. Ja, aber wir gehen jetzt erst mal, glaube ich, nach... Ach, um, eine Wurzelle! Ach, um, eine Wurzelle! Was, vergeht euch da wieder an der Natur, oder was? Ne, 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 das waren ganz böse, böse Wichte. Das waren so Grawle. So wie der da. Wie hat denn noch ein Wildnis gestanden? Ja, das, ähm, nicht mal ein Wurzelle kaputt machen. Oh, Talarian, super! Und wieder zurück. Und, ja, ich gebe alles! Können wir schon wieder rum? Ja, hab ich keine Chance! Ah, ah! Wie ich mag er auch, oh, hier ist ein Grawlfutter-Sack. Was macht man mit dem? Einfach aufsammeln. Ja, kaputt machen. Dabei ist da doch lecker Grawlfutter drin. Ich meine, das schmeckt bestimmt gut. Also ich schätze mal, äh, Sonnen-Dumen-Kerne sind da drin. Waschbär-Nasen. Lecker. So, denn die Zucker. So, wo geht's weiter, ja? Ja, noch das Herzgen hier machen, ne? Du hast das natürlich schon voll. Hey, hier sind Gefangene. Können wir die befreien? Hey, du bist frei! Wisset das Unwissbare. Du auch. Ja, vor allem weiß ich nicht, warum ihr da stehen bleibt, statt euch in die Freiheit zu bewegen. Da hinten ist ein Grawl. Auf ihn mit Gewoll. Ja, ich wollte aber diese Herzchen-Quest hier, äh, machen. Wenn ihr zu weit lauft, dann... Ne, ich lauf nicht weg. Ich bleib hier in der Gegend. Komm hier hoch. Ich will hier hoch. Hopp, hopp, hopp. Ach, klappt nicht. Also entweder noch mehr Futtersäcke oder noch mehr Grawle. Eins vom... Ah, da ist ein Grawl. Da oben sind noch zwei und ein Bildnis ist auch noch hier. Machen wir gleich den Fertigkeitspunkt da oben. Oh, Grawl, Berserkat. Oh, oh, oh. Ja, eigentlich haben uns die hier schon ja nichts getan, aber wir sind jetzt schon in die Kämpfe verwickelt werden. So, haben wir noch irgendwo was zum Sammeln zum... Ah, da ist noch... Da ist noch einer irgendwo. Da, noch zwei. Ohne, ich hab hier noch einen ganzen Haufen. Wir haben noch Grawle fehlen. Können die gerne einmal kurz vorbeischauen. Ich will eigentlich immer nur die Grawlter. Oh, schon angegrault. Das ist aber ein bisschen noch an den Grawlen dran. Ja, ja, ich versuch ja, ich versuch ja, aber... Oh, sie hauen mich, oh, sie hauen mich. Wo bist du? Ach, jetzt ist's schon wieder gut. So, mein Herz ist jetzt auch voll. Andern noch nicht. Ja, von andern Seite, einmal durchs gleiche Wasser hast du Tausende. Da war ich doch gerade gewesen schon. Haben schon Tausende umgehauen. Dann bin ich wieder zurückgekommen, weil die alle weg waren, die Tausende. Hier stehen fünf. Ja, die sind dann wahrscheinlich wiedergekommen. Ich bin ja erstmal bei den Grollen in der Bude und mach die ganzen Futtersäcke hier. Ah ja, die... Da stehen wirklich viele. Auf der anderen Seite, oder? Ja. Ja, ja. Ah ja, klar. War ich ja vorhin mit Talarian und hab da... Verwütet. Den ein oder anderen schon mal... Bei oder sowas. Vier sind weg und der fünfte steht noch. Ah, ich hab eine Post. Hab ich ja noch gar nicht aufgemacht. So. Wieder ein bisschen Silber bekommen. Sag mal, müsste man nicht hier an dieser schönen Erzader seine Spitzhacke schwingen können? Ach, die könnt ihr jetzt grad gar nicht sehen, ne? Dann mach ich mich mal auf den Weg zu euch. Aber da oben müssten auch noch solche Erzadern sein. Guckt euch die Steine mal an. Oh, da kommen fünf neue. Oh, was haben wir denn hier? 200.074 Erfahrungspunkte ohne einmal zu sterben. Mein Geist lebt fort. Also wird's mal wieder Zeit. Will mir das Spiel grade mitteilen. Aber hier im See gibt's ne... Platin mit Platin, Platin und ne Sehenzügigkeit. Und da oben ist der Fertigkeitspunkt, wo Talarian sich rumtreibt. Also er ist ein Fertigkeitspunkt. Warte auf uns Talarian! Warte auf uns Talarian! Beste auf uns Talarian zurück! Oof... Beste auf uns Talarian! Ja äh, du bist alleine und uklinge uns mal. Ist das ein großer Schädel? Oof, wo ist er hin? Ach, kümmere ich mich mal ne andere mal rum! Und da ist ein sehr Böser drin! Champion Fran. Ich erinnere mich, dass ich einer Gruppe gefolgt bin hier. Dass die alle richtig arbeiten mussten. So, jetzt möchte Haslow aber da das Metall aus dem See, richtig? Da ist auch noch eine unentwickte Sehenswidrigkeit. Wo? Ein Sehen. Ich mach mal ein bisschen Beutelchen auf, die ich so bekommen hab. Ah ja, da unten ist noch. Ich kann noch etwas exakt nach Süden schreiten. Irgendwann muss ich auch mal beim Reparierer tatsächlich reparieren. Einfach mal Geld ausgeben. Ja. Ach, den Dolch, den muss ich behalten, der ist ja besser. Ich esse das der hier. Dann brauch ich aber wieder einen Translutationsstein. Ach, ist das alles schwierig. Ah ja, okay. Vergesst nicht die Sehenswürde, ich werd' am Wasser voll. Ja. So, die Flüsterfälle, ach so. Stimmt. Ich glaub' hier weiter rein ist nichts mehr. Das ist wirklich so ein sanftes Flüstern. Gar nicht so ein Tosen, wie man das vom Wasserfall so kennt. Ach, da ist das andere. Ja. Aber nass ist es genauso. Ja. So. So, lass uns mal die... Einmal hier raushupfen. Vielleicht sollten... Du wolltest irgendwie eine Stadt, wo man reparieren kann? Nee, also wenn wir da irgendwann mal zufällig vorbeikommen, muss ich mich selbst daran erinnern, das zu tun. Ich fühl mich ungeschützt. Krieg grad eine auf den Möppeln? So, dann wollen wir mal auf die Karte gucken, wo wir denn jetzt hinschreiten. Also da ist einmal eine Sehenswürdigkeit. Bei Molodets Ausgrabungen. Ah, da... Etwas weiter runter ist auch ein Ausrüstungs- und Reparateur. Ja. Genau da. Vielleicht sollten wir da vorbeischreiten. Weil hier in dieser Ecke, da ist noch so viel unerkannt. Da werden wir sicher noch auf einige Überraschungen stoßen. Nur Demetro. Ja. Keine Rede, guter Wind. Wir rennen hin. Nicht killen diesmal? XP und so? Ich bin einfach so durchgelaufen, Entschuldigung. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich meine... Ich verstehe nicht darauf, dass wir alles umbringen. Schau, die Karte muss im Prinzip tabula rasa gemacht werden. Hehehe. Normalerweise... ...mich dann auch den ein oder anderen Doljak... Ja. Irgendwie habe ich eine Herzicht, dass die drei Viertel voll ist. Ja, ich auch. Aber meine ist nur millimeterweit. Lauf doch ein Kreatur an. So, reparieren. Wissen. Das Unwissbare. Wer ist das Ziel? Ich bin wie ein Schatten. Genau. Einmal den Schrott verkaufen. Sächtige Uhrwerkskiste, was soll das sein? Wo kriege ich denn eigentlich die normalen Transmutationssteine her? Nur im Shop, oder? Die schmeißen sie dir doch nach. Ja, so bestimmt noch auf der Bankfliege. Vielleicht, okay. Ich guck mal in die Bank, aber... Echt jetzt? Ich hab da über 80 drin in den Kappenrein. Die kann man nicht handeln, ne? Nee, ich glaub, die kannst du nicht handeln. Die werden dir doch nachgeschmissen mit jeder Truhe. Ja, ich krieg keine, also... Ich denk's mir ja nicht aus. Ich sag's nur, wie es ist. Wenn wir hier verkaufen, machen wir einfach einen kurzen Cut und sehen uns dann gleich wieder. Und Cut.